Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute fahre ich fort. Und zwar, ja, es war Black Friday und ich habe mir überlegt, dass ich wirklich in jedem Shop mir nur ein Fullface heraussuche und nur ein Produkt pro Mark gekaufe. Macht das Sinn? Ich hoffe es. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Hier sind wir nun angekommen bei Cosmetic For Less. Ich habe ein wunderschönes, rosafarbenes Paket bekommen. Problem, die Mascara fehlte. Naja, ist eigentlich gar kein Problem, denn ich habe genug Mascaren da. Darüber müssen wir gar nicht streiten, deswegen konnte ich das austauschen. Ich habe das jetzt reklamiert und ich hoffe, dass ich da entsprechend das Geld erstattet bekomme. Genau, ja, aber ich habe hier noch eine schöne Alternative gefunden. Und ja, ein bisschen was gratis gab es auch mit dabei und zwar von Evelyn Cosmetics. Die Peptid Infusion Rejuvenating Treatment Geschichte. Das ist so eine Geschichte mit, ich glaube, Glykolsäure, ne? Das ist so ein Serum. Genau, ja, gab es halt gerade mit dabei bei Black Friday. Und halt diese drei üblichen Chiaia-Proben, ne? Die wandern halt in meine Probenbox, die verlost wird. So, jetzt, also jetzt nicht in diesem Video, sondern bei Instagram ist wahrscheinlich schon verlost worden, ne? Keine Ahnung. So, jetzt gehen wir mal rüber und benutzen als erstes einen Primer. Und zwar habe ich von Essence den Hydrating and Perfection Primer. Leisure Factor 20 ist ein bisschen wenig, ne? Ja, 15ml sind hier enthalten. Ich muss gestehen, dass er mir vorher gar nicht über die Füße gelaufen war. Die Produkte waren natürlich alle reduziert, deswegen konnte ich da jetzt nicht richtig evaluieren, was davon jetzt tatsächlich schon im Vorfeld vielleicht mal reduziert war wegen Ausverkauf und was jetzt wegen Black Friday reduziert war, ne? Das ist immer ein bisschen schwierig. So, jetzt lade ich mal die Pipette auf. Da ist Produkt drin. Und dann, oh, äh, mach ich das nochmal. Okay, da war natürlich jetzt in der Pipette noch was drin gewesen. Okay, der ist, äh, interessant von der Konsistenz. Ich hätte gedacht, dass der super, super flüssig ist, ne? Wenn der in so einer Pipette kommt. Rüchte jetzt einfach nur cremig. Okay. Truff, truff, truff. Ich gebe mir das auch noch so auf den Hals. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass es jetzt groß hydratisierend wäre. Sehr interessante Konsistenz. Also, es fühlt sich jetzt auf der Haut super, super schön an. Das ist wirklich, wirklich cool. Ähm, ich bin halt nur so mit so einem Fragezeichen, ne? Weil es sich so angefühlt hat wie Sonnencreme. Aber gut, ja, äh, passt schon. Ähm, ist jetzt ein bisschen, ja, nicht wirklich sticky, aber es fühlt sich halt eingecremt an. Ne? Also, als hätte man halt Sonnencreme aufgetragen. Fühlt sich aber gut an. Ja, hier bin ich schon länger drum zugeschlichen. Jetzt habe ich sie mir geholt von Mesauda Milano. My Skin But Better. Das ist die, äh, Foundation mit Super... Ne, warte. Mh... Mh... Und Imperfektion wegmacht. Ich habe die in der Farbe 501 Porzellan. Ach so, das, ähm, Essence Cruelty Free ist. Das wissen wir ja, aber dieses Produkt ist auch noch vegan. Und bei dem hier, wo 20ml tatsächlich nur drin sind, äh, steht, glaube ich, nichts dabei. Boah, ey. Nö. Okay. Ich befürchte, ich habe es ein bisschen hell bestellt. Wir gucken mal. Ist aus Italien. Gibt es auch bei Cosmetic Fullest. Also, man wundert sich immer wieder. Ich sage es euch auch immer wieder, was für krasse Marken wir dort finden. So. Petuti Tipi di... Ne. Petuti i Tipi di Pelle. Ich liebe Italienisch. Warum kann ich es nicht sprechen, ne? Ja, es ist halt in so einer flüssigen Geschichte drin. Made in Italy. Die Italiener sind ja etwas anders von ihrer Art und Weise her, sich zu schminken. Meine Meinung her, ne? So. Ich habe ja den Kiko Adventskalender ausgepackt, den ich euch hier oben mal verlinken kann, der nicht so gut abgeschnitten hat. Die Kiko Limited Editions sind aber ziemlich geil. Naja, ich habe es jetzt geschüttelt, weil es ist eine flüssige Foundation, Leute. Und irgendwas sollte die halt auch so Flawless Invisible Effect, steht hier hinten noch drauf. Ja, sieht schon sehr flüssig aus, ne? Gucken wir mal. Ich gebe mir die jetzt hier einfach mal auf mein Luvia mit Maxim Giacomo Beauty Blender. Ich mache das meistens hier direkt auf das Luvia drauf. Dann kommt die mal aufs Gesicht. Ach komm, so super hell ist das nicht, ne? Ich glaube, für italienische Verhältnisse ist meine Gesichtsfarbe auch Porzellan, also super hell. Ich finde sogar, dass es sehr, sehr gut aussieht. Holla di Waldfee. Das ist voll meine Hautfarbe, Leute. 1A. Das ist nicht zu hell, nicht zu dunkel. Das ist exakt. Exakt meine Hautfarbe. Da hat der ganze Spaszinier eigentlich gekostet. 105,27 Euro. Ich finde, das geht voll klar, ne? Also die ist richtig toll. Die legt sich, also die ist sich, die macht sich wie eine zweite Haut tatsächlich. Das ist richtig angenehm gerade. Vom Tragegefühl her und von der Optik her finde ich das auch super harmonisch, ne? Weil das nicht so plakativ aussieht. Ich sehe, also ich sehe nicht so zu gekleistert aus, noch nicht. Jetzt kommt noch einiges auf mein Gesicht. Aber es sieht wirklich angeebenet aus. Imperfektionen sind abgeschwächt. Sie sind nicht eliminiert, aber das kann sie nicht machen, ne? Ich habe jetzt hier einige Rötungen, überall so ein paar Pickelchen und so. Deswegen, aber das sieht richtig, richtig gut aus. Jetzt möchte ich mal eben kurz vor den Namen schauen, wie das aussieht. Vom Nahen betrachtet sehe ich schon, dass ich Foundation trage. Aber das sehe ich zum Beispiel dadurch, dass hier über meine Muttermale dann ja auch ein bisschen Farbe drüber gekommen ist. Ansonsten, die wirkt sehr, sehr gut. Also die wirkt wirklich gut. Gefällt mir. Tatsächlich. Also da muss natürlich jetzt, boah, ich habe sogar einen leichten Glow. Also das sieht, ich finde das richtig heißen. Wir warten ab, aber so wie sie jetzt drauf ist, gefällt die mir irre gut. Concealer. Da habe ich von Milani den Concealer Perfect Longwear Concealer. Concealer in der Farbe 115 Light Nude. Das ist dieser hier. Das, ja, ne? Ist auf jeden Fall eine interessante Kiste. Ich habe ja den, die Foundation mir auch bei Beauty Bay schon bestellt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie fern der cruelty free oder vegan oder sonst irgendwas ist. Aber wir machen den jetzt einfach mal drauf. Der hat auch wieder so ein ganz ödes Füßchen, ne? Es ist halt gerade, es ist schmal. Riecht nach nichts Besonderem. Und der kommt jetzt erstmal an die Untraubenpartie. Ich mache ihn auch direkt auf das Auge drauf und in den Innenwinkel und blende so ein bisschen rum. Vielleicht leicht gelbstichig für meine Verhältnisse, aber das hat gerade super schnell funktioniert, den einzublenden. Ich muss noch tatsächlich ein bisschen mehr machen, als nur meine Augenschatten abzudecken. Aber das hat er schon mal ganz gut gemacht. Also ich sehe schon gut aus damit. Das gefällt mir. Das ist eine gute Farbe, eine leichte Verblendbarkeit. Ich bin nur gespannt, ob der jetzt in irgendwelche Fältchen reinrutschen will oder ob der dort bleibt, wo er hingehört. Das müssen wir einfach mal jetzt im Laufe des Videos mal gucken. Das sieht gut aus, ne? Das gefällt mir. Was soll man da groß zu sagen? Also das sieht wirklich angenehm aus. Und jetzt werden wir das Ganze setten. Und ja, bei Cosmetik4Dest haben wir halt die ganze Familie von Makeup Revolution. Da habe ich jetzt zuallererst aus der Familie Revolution, Makeup Revolution London, das Loose Powder Infinite. Das ist dieses hier. Das ist ein Universal Loose Powder mit Niacinamiden. Ich hatte mal ein Niacinamid Serum, was mir echt gut gefallen hat. Das hatte ich von Good Molecules, genau. Und hier habe ich jetzt tatsächlich ein Puder, was auch eben genau diesen Inhaltsstoff mit drin haben soll, was ich interessant finde. Ist, ich glaube, ja, cruelty free und vegan ist halt auch. Und ja, schauen wir mal. Dieses Puder hat ein Netz und da können wir, na, ich gehe da zuerst mit meinem Schwämmchen rein, weil ich damit dann ja nicht wirklich bacon, aber unter meinen Augen setten möchte. Oh ja, das ist wirklich transparent. Und dann nehme ich mir einen großen Fluffel. Und Fluffel über mein Gesicht. Das macht einen schönen Weichzeichner-Effekt. Nicht schlecht. Ui, ui, ui. Mit Niacinamid, das finde ich echt spektakulär, dass sowas in Puderprodukten so drin ist, ne. Dass du quasi Hautpflege mit deinen Schwinggeschichten dir aufgeben kannst. Ein sehr, sehr feines Puder. Also es staubt hier wirklich sehr viel herum. Aber es lässt sich irgendwie auch super schnell einarbeiten. Also ich denke, dass meine Foundation dadurch auch toll gesettet wird, genauso wie der Concealer. Macht einen ganz guten Eindruck gerade so. Ich finde, mein Gesicht sieht wirklich wie gephotoshoppt aus. Das ist echt heftig, ne. Also ein paar weiße Stellen habe ich hier noch, wo ich ein bisschen zu viel Puder habe. Aber das wird gleich auch noch alles verschwinden. Aber ansonsten wirkt das gerade sehr, sehr harmonisch, finde ich. Muss ich noch mal auf den Namen gucken? Ja, doch. Da ist Puder auf meinem Spiegel. Das sieht alles wirklich gut aus. Gefällt mir. Doch, läuft doch ganz gut, ne. Dann machen wir jetzt mal weiter mit dem Bronzer. Da habe ich von Revolution Pro. Den Skyping Bronzer with Moisturizing Cocoa Extractor. Das fand ich richtig cool. Ja, das ist dieser hier. Und auch das ist cruelty-free und vegan. Habe ich in der Farbe Balau. Ich bin immer mal wieder, dass ich mir die angeguckt habe und gedacht habe, boah, geil, ne, voll schön. Und jetzt... Und jetzt habe ich halt im Black Friday Sale zugeschlagen. Die Verpackung ist schon mal richtig schön, ne. Das ist so ein, weiß ich nicht, Leder-Imitat irgendwie. Fühlt sich auch richtig haptisch so an. Das ist richtig schön. Das glänzt auch so ein bisschen. Finde ich echt nice. Und, ja. Dann haben wir hier drin den Bronzer mit einem Spiegel. Den schauen wir uns jetzt mal an. Ach, oh. Super samtig ist der. Könnte vielleicht ein bisschen orange werden. Ich hoffe nicht. Wir gucken mal. Aber der hat auch so einen Glanzeffekt mit dabei. Ah, wir tragen uns den mal auf. So. Dafür nehme ich jetzt halt auch den gleichen Pinsel wie eben mit dem ich das Puder aufgetragen habe. und, ähm, ja. Tragen wir den einfach mal auf. Oh. Pigmentierung ist auf jeden Fall da. Wow. Der lässt sich auch schön verblenden. Der ist voll gut, ne. Also, mh. Mir gefällt der. Nee, der ist auch nicht irgendwie zu orange oder zu warm für mich oder so. Der hat schon die richtige Farbe. Meine Güte. Kosmetik voll ist. Was geht ab bei euch? Ich habe euch übrigens auch Links in die Infobox gesetzt zu den Produkten. Das ist nicht unbedingt immer zu dem, ähm, Online-Shop, wo ich das bestellt habe, sondern ich gucke einfach, wo ich das beste Angebot in dem Moment finde und packe euch das dann einfach in die Infobox rein. Genau. Und dann verlinke ich euch das. Weil ich habe ja meine Exe-Tabelle, wo ich ja meine ganzen Schminkprodukte aufgeführt habe. Und immer, wenn ich mich dann mit den Produkten schminke, verlinke ich euch die Produkte ja in der Infobox. Das heißt, da findet ihr dann das, was ich da mal hinterlegt habe. Genau. Und wenn es ein Affiliate-Link ist, dann könnt ihr auch gerne darüber bestellen. Dann verdiene ich auch eine kleine Provision. Das ist ganz cool. Aber, ähm, ja. Ist nicht die Welt, aber es ist halt ein bisschen, sag ich mal. Und dadurch wird es für euch halt auch nicht teurer, ne? Genau. Den Bronzer habe ich jetzt soweit aufgetragen. So, wobei es ein bisschen meine Nase bronzen möchte ich auch. Da kommt die Sonne ja auch manchmal so ein bisschen hin. Jetzt nicht aktuell, aber, ne? Boah, das sieht voll schön aus. Das sieht natürlich, natürlich, ebenmäßig, also ganz klasse von der Base her. Das gefällt mir. So kann das weitergehen. Okay. Auch aus der Revolution-Familie habe ich hier das Peach & Glow. Das ist ein Highlighter- und Illuminator-Duo. Wobei die Farbe jetzt tatsächlich, ist übrigens auch cruelty-free und vegan, ähm, mehr so ein Blush-Lighter ist. Und das finde ich ganz cool. Dann bringe ich einfach so ein bisschen Leben ins Gesicht, ne? Ich meine, ich habe jetzt schon Leben ins Gesicht. Das sieht alles nicht irgendwie tot aus. Das mag ich einfach gerade richtig gerne. Hat die liebe Nathalie Nordbeauty auch letztens nochmal vorgestellt. Die findet das auch richtig toll. So schaut die Verpackung aus. Und, ähm, ja. Das ist doch hübsch, ne? Ich mag einfach dieses abgekupferte von Too Faced sehr gerne. Das machen die halt sehr gerne mit ihren Schokoladepaletten und so, ne? Das ist, äh, ja. Genau. Hier haben wir noch so ein Einlegeding. Und hier haben wir dann das Innenleben. Mit einem schönen Spiegel. Ich mag das einfach gerne. Ähm, das hier ist halt wirklich so ein Blush-Lighter, der hier außen stärker pigmentiert ist. Und hier dann etwas weniger und dafür mehr Schimmer hat. Und dann geht das hierüber in den Highlighter. Das heißt, ich habe auch keinen separaten Highlighter mehr gekauft. Ich nehme dafür jetzt einfach mal so einen festgebundenen Pinsel, um den Blush aufzutragen. Und ich gehe da komplett durch. Habe ordentlich was auf dem Pinsel. Und den trage ich mir, wow, hier mal so auf. Der ist schon intensiv, ne? Gut, ich habe es auch mit einem festen Pinsel aufgenommen. Aber, ui, muss ich kurz ein bisschen ausblenden. Aber es macht einen schönen frischen Effekt. Das sieht schon mal sehr, sehr nice aus. Muss ich aufpassen, dass ich da nicht zu sehr übertreibe, weil ich den so gerne mag gerade. Aber das sieht richtig schön frisch aus, ne? Da habe ich jetzt so noch nicht den Ultra Glow mit drauf. Das werden wir gleich am Verstärken. Ach so. Sieht das lebendig aus. Das mag ich. Das ist halt genau das, was ich bei Blushes aktuell auch so feiere, ne? Wenn ich dann mir einen Blush aufgebe, der einfach meinen Tern ein bisschen auffrischt. Weil ich finde, gerade im Winter bin ich ja noch blasser. Und da sehe ich halt sehr leblos aus im Gesicht, ne? Das hört sich jetzt böse an. Aber, ja, da brauche ich halt einfach irgendwie mal ein bisschen mehr Frische. Weil Sonne bei mir halt wirklich auch Frische gibt. Und die habe ich halt jetzt aktuell gar nicht. Mensch, aber das sieht gut aus. Der ist intensiv pigmentiert. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Aber gut dosiert. Es ist gar nicht so mega krass, ne? Und jetzt gehe ich hier auch in den Blushleiter. Da gehe ich auch genau durch die Mitte. Und trage mir den tatsächlich genau da drüber auf. Dann bringe ich so nämlich ein bisschen Schimmer dann auch in den Blush mit rein. Ja, wobei das jetzt gar nicht so intensiv ist. Hätte gedacht, das ist intensiver. Ne, ich sehe da noch nichts. Ich nehme mir jetzt mal extra einen Highlighterpinsel, um den Highlighter nochmal dosiert aufzutragen. Das ist jetzt von BH Cosmetics aus dem Mrs. Bella Pinselset einer. Und da gehe ich nur hier an der Seite entlang. Nö. Da kommt nicht so viel drauf. Ich gehe ordentlich rein. Beordentlich was auf dem Pinsel. Bauen wir mal intensiver auf. Ne, jetzt sieht man den. Aber das ist ein sehr subtiler und fast schon erwachsenen Glow, ne? Ja, da sieht man nicht so viel von. Den würde ich dann tatsächlich tatsächlich eher als das verwenden, was da nicht draufsteht, nämlich als Blush. Und weniger als Highlighter. Es ist erwachsen. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass es einen anspringt. Es ist nicht glitzerig oder sowas, ne? Aber ich finde es ein bisschen wenig. Da habe ich auch tatsächlich von diesen Geschichten so einen Highlighter gedöhnt. Und das ist richtig, richtig schön und sehr intensiv vor allem, ne? Das würde ich dann als Highlighter mehr bevorzugen. So ist es da, aber halt jetzt nicht so super intensiv. Vielleicht muss das Licht noch anders drauf sein. Ich weiß es nicht. Ja, wenn ich so nämlich jetzt gucke, dann sehe ich den Highlighter hier. Aber wenn ich gerade in den Spiegel schaue, sehe ich ihn gar nicht. Weiß nicht. Seht ihr den? Ja. Ein bisschen seht ihr den, oder? Ja, da. Da ist er. Okay. Joa. Gut. Gehen wir zu den Augenbrauen. Da habe ich von Makeup Obsession ein Produkt. Und zwar den So Fine Brow Pencil. Habe ich in der Farbe Ash Brown mir bestellt. Joa. Ist übrigens auch vegane Cruelty Free. Also da gehen die ja immer mehr zu hin, ne? Finde ich sehr positiv. Wenn man die Kappen entfernt, hat man hier zwei Seiten. Einmal einen Spoolie und einen herausdrehbaren Augenbrauenstift. Der wirklich eine sehr feine Mine hat. Ähm, ja. Das ist der Ton. Und dann tragen wir es mal auf die Augenbrauen auf. Ja, da kann man feine Härchen mit zeichnen. Das ist wirklich... Das funktioniert. Und die Farbe passt. Cool. Das hat jetzt aber super schnell funktioniert und sieht astrein aus, ne? Da kann ich mich gerade nicht beschweren. Das ist schön. Wow. Voll schön. Cool. Das mag ich schon leiden, ne? Das ist wirklich so nice. Nice, nice, nice. Irgendwas setzt sich gerade auf meiner Nase ganz merkwürdig ab. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Foundation oder der Concealer ist, weil ich ja auch über meine Nase den Concealer gekriegen habe. Das kann ich euch gleich mal auf meinem Namen zeigen, wie es da aussieht. Vielleicht wird es nachher mit dem Fixing Spray besser. Ich weiß es nicht. Aber das sieht ja sehr merkwürdig aus. Was hat die Nase denn verbrochen? Wir gucken uns das mal kurz von Namen an, weil das kann ich nicht so stehen lassen. Ich hoffe, man sieht das einigermaßen. Oder? Ich sehe es. Also das setzt sich ganz, ganz merkwürdig da ab. Wieso ist das so? Ich weiß es nicht. Ich finde das nicht schön. Ist wie es ist. Können wir gerade nicht ändern. Dann gehen wir jetzt mal zum nächsten Dingen über. Übrigens, ja, der Augenbrauenstift ist echt top, ne? Der gefällt mir super, super gut. Also irgendwie habe ich es in diesem Zyklus des Einkaufs ganz gut getroffen mit den Augenbrauenstiften, die ich so für mich entdeckt habe. Mega. So, ich habe natürlich auch aus der aktuellen, Catrice haut mir viel zu viele Limited Editions raus, Leute, LE von Catrice aus dieser Jewels Overload LE mir etwas bestellt. Und da habe ich diese drei Pinsel bestellt. Da haben wir einen Blende Pinsel, einen Smudger und einen Point Brush. Und den werde ich jetzt, also die drei werde ich auch verwenden, wenn ich jetzt gleich den Augenlook schminke. Ja, also Pinsel aus Limited Editions verwende ich gerne und hole mir die auch ganz gerne. Oh, der Smudger ist wirklich hart. Das ist ja eine krasse Nummer. Die sehen ganz hübsch aus, ne? Vom Stil her. Ja, mag ich wohl gerne leiden. Aber die Paletten haben mich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich angesprochen. Deswegen habe ich die nicht gekauft. Da hatte ich irgendwie, wollte ich nicht, ne? Das ist der Blendepinsel. Und, ähm, ja, deswegen muss man auch nicht. Also ich will auch nicht jeder LE hinterher rennen. Vor allem, wenn die so nah aufeinander folgen. Und der Point Brush ist super speziell, weil er nach vorne extrem spitz zusammen geht. Den werden wir jetzt auch gleich verwenden. Und zwar verwenden wir die Geschichten mit der Nabla Side-by-Side Nude Palette. Die war in Black Friday auch tatsächlich bei Cosmetik Verlässe extrem reduziert. Das hatte ich auch auf Insta geteilt. Weil ich heiße A, I, U, A, P, Claudia Rückwärts und ein P dahinter. Da habe ich viele Sachen, die ich gefunden habe, mit euch geteilt. Und, ähm, ja, das dann auch, ne? Dort in die Story gepostet. Einfach damit ihr dann auch beim Black Friday vielleicht sehen konntet, wo gerade was mega im Angebot ist. Ähm, ich hatte davon abgesehen, vorher so ein Video zu drehen, wo ich sage, ah, da könnte man gucken, da könnte man gucken. Weil ich mir gedacht habe, ich habe keine Ahnung, wo man gucken kann und wer den krassesten Preis raushauen wird. Das muss man eigentlich wirklich an dem Tag selber schauen. Ja, ähm, sieht schön aus und ist auch irgendwie so leicht mit stoffartigem Kram überzogen. Fühlt sich richtig toll an. Und habe hier eine eigentlich sehr, sehr langweilige Palette, weil es eine klassische Nude Palette ist. Aber irgendwie finde ich sie auch wirklich, wirklich schön und interessant. Also das ist halt so, ähm, ja, da scheiden sich die Geister für mich innerlich, ne? Du kannst hier sowohl sehr schöne Smoky Eyes mitschminken, du kannst hier aber auch sehr, sehr natürliche Looks mitschminken. Ähm, ich werde heute mal einen etwas natürlichen Look versuchen. Wir hoffen, dass ich das hinkriege. Mal gucken. Ähm, und dass ich nicht zu sehr in die etwas dunkleren Farben verfalle. Und, ähm, ja, du hast hier sogar ein richtig geiles Grau mit dabei, was ich extrem cool finde, weil du hast Grau nicht so viel in Paletten drin. Und so ein Grau kannst du auch wirklich schön immer nehmen. Einfach mit Love Ritual und, äh, Cubism, ne? Kannst du auch einen schnellen Look zaubern, dass du da einfach dieses Love Ritual, diesen Schimmerton damit ausblendest. Ne? Finde ich sehr spektakulär. Und, ähm, ja, ich würde sagen, ich hole euch ein Stückchen näher ran und dann geht die Party ab. So, meine Lieder hatte ich ja eben schon gesettelt mit dem Puder, deswegen muss ich da nicht nochmal nachlegen. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal in den Farbton Halftime. Das ist dieses, ja, beige, dunkel beige. Mache ich mit dem Blendepinsel und gebe mir den einfach in die Lidfalte. Ich setze den auch schon am äußeren Augenwinkel so an und blende den so nach oben hoch. Ach so, so super natürlich wird dieser Look übrigens nicht, weil ich habe noch einen spektakulären Eyeliner, den wir uns nachher noch drauf machen werden. Das wird ziemlich cool, hoffe ich. Also die Verblendbarkeit ist echt bei dem Ton jetzt sehr, sehr schön. Das hat sehr einfach und schnell funktioniert. Das gefällt mir auch. Ähm, jetzt gehe ich in die Farbe Beauty Mark. Das ist dieser Ton. Da gehe ich ebenfalls mit einem Blendepinsel rein. Und der ist einfach nur ein ganz kleines bisschen dunkler. Und den setze ich mir halt komplett nach außen, um das hier zu verdunkeln. Hier habe ich jetzt zwei Töne, über die ich nachdenke, ob ich sie verwende. Das ist einmal Magic Moment und Body and Soul. Body and Soul ist ein bisschen mehr flockiger. Das ist eher so ein topper Shade. Und Magic Moment ist halt wirklich super, super weich. Und keine Ahnung, ich glaube, dass dieser Ton tatsächlich besser geeignet ist, um ihn auf das bewegliche Lid aufzugeben. Ähm, genau. Und Body and Soul ist halt mehr so ein Ton. Ja, den gibt man sich als topper drüber. Sieht man das jetzt hier? Genau. Boah, bin ich blass. Wenn die Lichter so an sind, ne? Sieht sehr, sehr blass aus. Okay, dann, ähm, ja, nehme ich mir Magic Moment und den versuche ich jetzt mal mit diesem Smudger-Pinsel aufzunehmen. Ich versuche es ja eigentlich immer erst so mit Pinseln. Und wenn das nicht hinhaut, mache ich das mit dem Finger. Ähm. Ja, nee. Der, äh, nö, ich mache es mit dem Finger. Ja, da kommt zum einen mehr Farbe dann auf den Finger, ne, was man dann aufs Lid geben kann. Und zum anderen ist es einfach intensiver. Gebe ich mir in die Mitte von meinem beweglichen Lid. Und weil ich ein Schlupflid habe, ziehe ich den auch noch ein bisschen mehr nach oben. Damit, wenn ich das Auge aufhabe, man den Ton dann halt auch so ein bisschen mehr sieht. Ist schon ein schöner Ton, ne? Da kann man sich echt nicht beschweren. Also diese Schimmerpigmente in verschiedenen Farben. Also ich hätte jetzt fast schon gesagt, dass das hier eine Art duochromatischer Ton sein könnte. Ist es aber nicht. Das ist eher ein metallischer Ton. Ähm. Ja, wir haben dann im Prinzip die peachfarbene Base. Und da drauf goldene Schimmerpigmente. Und leicht Rosé-Schimmerpigmente. Was ich schön finde. Doch, das gefällt mir. Jetzt möchte ich mir den doch noch ein bisschen höher ziehen. Und da komme ich mit meinen Wurstfingern, na, mit meinen etwas größeren Fingern halt nicht so präzise hin. Deswegen nehme ich mir einen etwas größeren Shader-Pinsel. Das ist jetzt einer hier aus dem BH Cosmetics Crystal Quartz, was auch immer, Pinselset. Zodiac Crystal, genau. Und gehe dann wirklich hier an den Kanten entlang. Das greift jetzt nicht so mega krass, das Pigment. Aber damit ich wenigstens da meine Schlupflid-Geschichte gut verarbeitet bekommen habe. So. Nach außen hin möchte ich mir dann... Nee, ich mache erst innen weiter. Ja. Nehme ich auch diesen spektakulären Pinsel, den ich gerade schon in Anwendung genommen habe. Und nehme die Farbe Ray of Light. Das ist dieser hier. Den setze ich mir auf mein inneres Drittel. Ja, das ist... Greift der Pinsel nicht so gut. Aber das ist halt echt eine Stelle, da komme ich mit meinem Finger jetzt echt nicht gut hin. Man könnte das jetzt anfeuchten und so weiter, aber... Das mag ich nicht. Guck mal, ich habe hier von Morphe so ein Ding. Ob ich damit besser arbeiten kann. Das ist so ein Silikon-Applikator. Da muss man zwar aufpassen, dass man seine Lidschattenpalette nicht auf links dreht, aber es lässt sich auf jeden Fall besser aufnehmen. Und auftragen vor allem. Und das gefällt mir. Simpel, aber schön. Gelegentlich bin ich ja auch ein klitzekleines bisschen verrückt. Deswegen nehme ich mir jetzt tatsächlich diesen Cubism, diesen Grauton, mit dem Blendepinsel vorsichtig auf. Da gehe ich jetzt hier nochmal entlang. Ich hoffe, dass es nicht zu schmutzig oder zu verraucht aussieht, dass es nicht die Frische wegnimmt. Ich mache das nur ganz vorsichtig in meiner hochgesetzten Lidfalte, weil ich da einfach irgendwie Bock drauf habe. Geht auf jeden Fall. Klar, weil es zum Oberteil halt jetzt auch gerade ein bisschen passt. Deswegen finde ich es ganz witzig. Und deswegen hatte ich auch eben Bock, dieses Graut zu verwenden. Ich möchte trotzdem noch so ein bisschen was an meinen unteren Wimpernkranz geben. Und irgendwie möchte ich das hier unten, ach Quatsch, hier außen noch ein bisschen dunkler haben. Das heißt, als erstes nehme ich dieses Beauty Mark mit dem Blendepinsel auf, um es hier außen nochmal ein bisschen zu verdunkeln. Und dann gehe ich da mit dem Point Brush rein, ebenfalls in das Beauty Mark, und setze mir den an den unteren Wimpernkranz. Also der Pinsel ist toll. Der macht das echt gut an... Also der ist wirklich gut geeignet für den unteren Wimpernkranz. Feiny fein. Das gefällt mir. Viel intensiver würde ich das am unteren Wimpernkranz auch ehrlich gar nicht machen. Ich nehme mir sogar den Puderpinsel, drücke den vorne ein bisschen zusammen und gehe da mal so ein bisschen entlang, um ein Falloutwerk zu machen. Aber so viel Fallout war jetzt ehrlich gesagt nicht. Das war nur von diesem Schimmergedönsen, als ich das mit diesem Silikonblendepinsel aufgetragen habe. Das ist jetzt sehr rauchig, sehr smoky, aber es gefällt mir. Ich habe einen grünen Eyeliner gleich. Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich mir jetzt tatsächlich noch mit dem Schwarz hier so eine leichte Wimpernkranzverdichtung mache. Ich glaube schon. Und dafür nehme ich auch wieder diesen Point Brush. Und in Untitled, in diesen Schwarzton, gehe ich dann damit ganz vorsichtig rein. Nur mit der Spitze. Und setze mir das mal zur Wimpernkranzverdichtung ganz nah dran. Das funktioniert ganz gut, weil der Schwarz halt wirklich intensiv pigmentiert ist. Und verdichtet jetzt einfach noch mal den Wimpernkranz optisch ein bisschen. Genau. Das war jetzt erstmal so der Look, den ich jetzt mit der Nabla Side-by-Side-Palette geschminkt habe. Ich finde, das ist so ein easy-to-go-Look. Ich mag den gerne leiden. Sowas trage ich auch tatsächlich häufiger mal so. Und ja, mag ich. Ja, kommen wir zu dem versprochenen Eyeliner. Da habe ich nämlich von LA Girl etwas gekauft. Den Pro Artist Waterproof Body Art Liner. Ich weiß nicht. So halt für den Körper, aber wahrscheinlich auch für die Augen nehmen. Und das ist die Farbe Altered, glaube ich. Altered. Weiß ich nicht. Altered. Not for Eyes or Lips steht hier drauf. Kinder, bitte nicht nachmachen. Könnte natürlich sein, dass es dann Stain hinterlässt. Deswegen steht es dann manchmal so drauf. Ja, das ist eine ziemlich krasse, aber wunderschöne Farbe, die mir gerade so gut gefällt. Und damit versuche ich mir jetzt... Ziehe ich mir damit einen Eyeliner oder mache ich damit... Ja, eigentlich will ich mir damit einen Eyeliner ziehen. Ja. Die hat so ein Pinselchen. Und sowas male ich ja eigentlich nicht so gerne. So schaut die Farbe aus. Megaschön. Dann gucken wir mal, wie das aussieht, ne? Ich finde es ja schon schön. Also, ne? Das ist auf jeden Fall mal was anderes. Und ich finde den ziemlich, ziemlich nice. Wimpern habe ich jetzt aus Versehen mit angemalt, aber die werden ja gleich noch übergetuscht. Da bin ich gerade ein bisschen steil gegangen, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Huch! Habe ich ihn da gemacht. Egal, ich lasse das jetzt so. Ja, doch. Also, ich finde es fancy. Für Malhaben finde ich das vollkommen in Ordnung. Deswegen, also, das sieht gut aus. Ich mag auch gerne diese Kombination mit dem Gold dazu. Ich mag gerne die Kombination mit dem Rose Gold dazu. Das sieht gut aus. Was meint ihr? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Aber natürlich muss es ja noch komplettiert werden mit Mascara, denn ansonsten sieht es ja auch ein bisschen creepy aus. Ja, bevor wir aber Mascara auftragen, gibt es noch ein Fixing Spray. Evelyn Cosmetics ist nämlich auch auf der Homepage von Cosmetic Verlässe vertrieben. Glow & Go Aqua Miracle Spray Face & Body Mist 4 in 1 in Pink. Ja, ich denke, das wird so einen kleinen Rose Gold Sheen noch mit aufs Gesicht geben. Und das ist ja diese polnische Marke, die jetzt hier neu bei Cosmetic Verlässe eingezogen ist. Und genau, da teste ich mich auch gerade so ein bisschen durch. Gucken wir mal den Spray hier an. Huch! Oh! Oh! Der sprüht gerade bis zum Fenster bei mir. Ich muss aufpassen. Riecht aber gut. Boah, ist der... Oh! Boah, der Sprühkopf ist furchtbar, Leute. Hoho! Der springt einen richtig an. Taper ich ein bisschen ein. Aber riecht gut. Ja, ne? Das hat ganz gut funktioniert. Ich habe jetzt auch ein schönes, frisches Gefühl auf dem Gesicht. Aber dieser Sprühkopf ist gruselig. Das muss ich mir definitiv umfüllen. Das wird nicht funktionieren mit uns beiden. Ja. Mascara. Eigentlich wollte ich von Catrice die Mascara nehmen, die nach und nach die Wimpern einfärbt. Das hätte ich ziemlich cool gefunden. Aber die war leider nicht im Paket mit drin. Deswegen habe ich eine Alternative aus meinem Sortiment rausgekramt. Und zwar von Catrice die Glamid Doll Boost Lash Growth Volume Mascara. Die finde ich auch richtig, richtig toll. Das ist, äh, ja... Richtig, richtig. Es tut mir leid. Die finde ich extrem gut, ähm, weil das ist mit einem Wimpernwachstum Serum drin. Und wenn man die wirklich jeden Tag verwendet, ähm, sparst du dir mehr oder weniger das Wimpernwachstum oder du verstärkst halt nochmal den Effekt on top. Dadurch, dass du die Mascara ja auch mitverwendest. Und, äh, deswegen mag ich die unheimlich gerne. Und die macht halt auch ein schönes Ergebnis. Das ist nicht so extrem Wawawu-mäßig, aber es ist schon da. Deswegen ist es eine Geschichte, die ich empfehlen kann. Und die hat so ein Kunsthaarbürstchen, was sehr klein und unscheinbar aussieht, ne? Das ist jetzt nicht so super intensiv, aber es ist halt auch nicht à la Iconista. Also das ist schon so ein passables Bürstchen, würde ich sagen. Der Duft ist, ja, wie bei Catrice halt, ne? Relativ unspektakulär. Und da werde ich mir jetzt als erstes mal die Wimpern biegen. Da habe ich hier meine fancy Wimpernzange. Die war, ups, in einem Adventskalender drin. Das geht auf jeden Fall damit, sich die Wimpern zu biegen, ne? Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Man muss sich da rantasten, das, ne? Da hatte ich natürlich auch schon das ein oder andere Mal aus Versehen. ein bisschen Haut mit reingemacht. Aber das ist halt, weil es eine ganz andere Art und Weise ist, dass man sich damit erst mal anfreunden muss. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, die Mascara macht schon schöne Wimpern. Sie macht vor allem so einen Schwung rein. Sie macht Volumen rein. Und die Wimpern halten vor allem auch echt diese Geschichte, die jetzt drin ist. Also bei mir auf jeden Fall. Kann ich nur bestätigen. Sie hat jetzt nicht komplett den Eyeliner, der auf die Mascara gemalt hat, den Eyeliner, der auf die Wimpern gemalt hat, mit überdecken können. Aber das finde ich nicht schlimm, weil ich es irgendwie auch ein bisschen fancy finde. Wenn dann so zwischendrin so ein bisschen was Türkises dann auch durchscheint. Genau. Und so finde ich das eigentlich vom Augenlook her richtig, richtig schön, ne? Also wenn man, weiß ich nicht, da, ne? Der Eyeliner wird natürlich so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber er ist halt da. Aber nicht direkt auffällig. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich finde, dass es sehr, sehr schön aussieht. Tatsächlich. Und gar nicht so intensiv, sondern fast schon dezent. Und so, jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen was für die Lippen. Und zwar gibt es auch BH Cosmetics bei Cosmetic Verlässt. Und da habe ich den Lip Liner Waterproof in der Farbe Peachy mitbestellt. Auch auf BH Cosmetics waren da krasse Rabatte drauf. Und da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Die BH Cosmetics Lip Liner finde ich ganz okay, muss ich gestehen. Die sind halt plastikmäßig zum Anspitzen, was ich ein bisschen schade finde. Das nervt einen bisschen. Aber, joa, das ist halt so ein ganz klassischer, ne? Also auch ganz klassische Farbe. Nee, so klassisch ist der jetzt auch nicht, ne? Der ist wirklich sehr peachy, Claudi. Die Farbe ist gewöhnungsbedürftig, muss ich gestehen, ne? Weil das halt wirklich sehr, sehr kräftig ins Peachige geht. Passt aber tatsächlich zu meinem, was ich da auf den Augen drauf habe, was ich gut finde. Ja, ist aber halt wirklich eine Farbe für sich. Ach, ich finde sie irgendwie schön, ne? Aber ich meine, im Prinzip ist es ein Lip Liner, Claudi, ne? Ich gebe mir da drüber ein Lip Gloss oder einen Lippenstift. Also von daher sieht man das nachher nicht mehr so intensiv. Der Lip Liner an sich ist sehr cremig vom Auftrag. Sehr schön. Es wird aber halt wirklich sehr trocken, aber es ist halt ein Lip Liner, ne? Ja, wie gesagt, es ist ein Lip Liner, ja. Und die halten eigentlich auch ganz gut. Jetzt habe ich aber natürlich noch einen Lippenstift, den ich da drüber geben werde. Und der ist von LA Girl. Das ist dieser hier in der Farbe Insta Famous. Sieht sehr fancy aus, ne? Sieht tatsächlich sehr nudie aus und könnte dazu passen. Normalerweise ist das ja ein Lip Liner, der dann ein bisschen dunkler ist als der Lippenstift. Jetzt habe ich es mal ein bisschen andersrum. Und das ist ein Pretty and Plump Lipstick. Nicht jeder mag sowas. Man kennt es vor allem als Lip Gloss, dass Lip Glosse sowas machen. Der riecht auch ein bisschen minzig. Der passt aber richtig gut dazu. Ei! Super cremig im Auftrag. Oh, das ist schön. Und der hat so ein leicht metallisches Finish. Das sieht extrem fancy aus, ne? Das ist interessant. Können wir uns den mal angucken vom Swatch. Also der hat irgendwas, irgendwas glänzt da auch noch mit bei, ne? Ich weiß nicht. Aber es sieht voll gut aus. Und ich finde, das passt auch total zum Look. Ja, es ist mal was anderes, ne? Sogar diese Plastikverpackung schließt übrigens magnetisch. Ein Traum. Ja, ihr Lieben. Es ist jetzt mal ein bisschen was anderes, ne? Aber ich finde es eigentlich ganz nice, das einfach mal ein bisschen anders zu gestalten. Also auch vom Haul her. Also das mag ich gerne. Auch der Look ist mal was anderes. Aber es gefällt mir. Also mir gefällt dieser Eyeliner. Der bei einem Nude-Look drauf ist. Und dieser eigentlich sehr dezenten Kombination doch was Besonderes verleiht. Genauso wie auch die Lippen. Die Produkte an sich haben mir auch gut gefallen. Also da freue ich mich auch drauf, die weiter zu verwenden. Denn das sieht alles sehr harmonisch aus. Bis auf die Nase gefällt mir tatsächlich auch das ganze Hautbild, ne? Die Nase ist irgendwie merkwürdig heute bei mir. Ich habe keine Ahnung warum. Wir lassen sie einfach so, wie sie ist. Ansonsten sitzt die Foundation gut auf der Haut. Ich habe jetzt ja schon ungefähr zwei Stunden gedreht. Dementsprechend habe ich die Geschichte auch schon eine Weile drauf. Gefällt mir. Dieser Plumping-Effekt von dem Lippenstift kommt jetzt auch gerade durch und ist super dezent, aber wirklich angenehm. Das fühlt sich so an, als hätte ich gerade ein Kaugummi gekaut und hätte dann so einen ganz frischen Atem. Sehr nett. Also mir gefällt das. Ich werde jetzt auch noch ein paar Videos mit diesem Look drehen und ich fühle mich wirklich wohl. Ich werde mir nur noch was überziehen, weil so langsam wird mir hier doch etwas frisch. Ihr Lieben, ich hoffe es hat euch gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.